100 feste Leute in diesem Spiel, warum? Ja, das fragen wir uns alle hier bei Who's for Daddy? Ja, herzlich willkommen und ja, bei wie schon gesagt, wie heißt's? Who's for Daddy? Die kommt eigentlich zusammen in die Lobby, ich bin immer im Hauptmenü! Ich bin im Hauptmenü übrigens. Ja, wie geht das jetzt? Play, find a daddy and find a baby. Ne, custom. Ne, custom müssen wir machen. Custom, genau. Ja und dann, äh, private kann ich nicht einklicken. Ich schon. Hä? Da ist Penis und mein Rap. Ich sitz gerade. Great game, warte, warte. Ähm. Penis spielt also auch, okay. Ähm. Machst du gerade ein? Ja, warte. Great game. Gut. Ich hab die Steuerung übrigens noch nicht angeguckt. Meine Lobby heißt Muschi. Ja, ich seh's gerade. Ich join. Passwort ist Google, den kleinen. Google? Ja. Google und ich komm. Ja. Es geht schon los? Ja. Ach, automatisch jetzt irgendwie? Du wärst es was. Ich bin der Vater. Ich seh nichts. Ich auch. Warte mal. Hallo, ich bin's Baby. Wie kann man die Steuerung, äh, also die Kamera? Weiß ich nicht. Wie öffne ich die Tür? Ich hab keine Ahnung. Da bist du. Hi. Kann ich dich hochheben? Hi. Lass mein Piano. Geh weg. Läufe dich schnell. Wo bist du? Alter, mit dem Cowboyhut. Ja. Mit Brille, hallo. Kann ich dich hochheben irgendwie? Nein, kannst du nicht. Kann ich auf dich drauf treten? Kann ich mehr sprinten? Was ist das? Ich will. Ich muss doch irgendwie dich hochheben können. Wie ist die Steuerung überhaupt? Kann ich ja nicht. Ich hab eine Kerze in der Hand. Ich stell sie lieber mal aufs Sofa. Kann ich hier nicht. Hä? Was muss ich hier machen? Ich verbrenne dich wieder Kerze. Ich bin dein Poppes. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier die Konsole aufmachen. Hä? Oh. Ist die Lampe umgefallen? Ich will in die Steckdosen fassen, aber ich kann nicht. Hä? Hä? Das ist eine Brille übrigens. Kann ich's machen. Geh, ich mach dir die Tür auf. Guck mal. Wo gehst du hin? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was ist mit dem Bild los? Was ist hier los? Nein, nein. Gibst du es her? Was ist da drin? Nein. Die gibst du mir wieder her. Nein, ist mein Hammer. Nein. Geh weg. Wo bist du? Nein, geh weg, ist mein Hammer. Geh weg. Ist mein Hammer. Nein, meiner. Ey, du bist durch die Tür geglitscht. Nein, du bist so glitchy. Hallo. Mein Hammer, geh weg. Verpiss dich. Nein, mein Hammer. Meiner. Mein Hammer ist das. Nein, meiner, geh weg. Nein, mein Hammer, lass mich. Kann ich dich schlagen damit jetzt? Nein. Guck mal, der hängt jetzt durch den Tisch. Jetzt ist er vom Tisch gefallen. Nein. Ey, ich kann ihn nicht raus. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Ah, okay. Ey, lass laufen. Grill, geil. Ich will umwerfen. Lass den Grill. Nein, meiner. Was machst du? Ich hab keine Ahnung. Ertrinken, ertrinken. Hui. Hä? Ich laufe mit dem Wasser. Du sch- Wie du aussiehst einfach. Kann ich's machen. Hier hast'n Ball. Guck mal. Boah, es leckt grad voll, oder? Hä? Weil mir leckt es grade. Hat 10 Frames. Ich müsste dich doch irgendwie hochheben können. Weg damit. Ab ins Wasser. Hast du nen Ring da? Den Ring, ja. Ich bin dafür, wir bleiben ein bisschen draußen, komm. Draußen kann man nicht viel machen. Dann geh mal wieder rein. Dann geh mal rein. Dann geh mal rein. Ich muss dich doch irgendwie hochheben können. Ich mein, du bist ein Baby. Ja. Versteh nicht, wie man in die Steckdose passt. Alter. Ich nehm den Toaster mit. Musik. Komm mal da. Ich will dir ja nicht helfen, aber ich glaub du brauchst da ne Gabel oder so. Ähm. Stimmt. Willst du nen Hammer? Was ist der Stecker? Nein. Meiner. Was ist das hier eigentlich? Hier ist ins Badezimmer übrigens. Willst du mal reingucken? Badezimmer, ja. Mhm. Kann man sich ja im Klo ertrinken. Na klar, aber das ist mein... Ey, ich will auch rein. Hä? Ich will ins Klo. Lass das offen. Stell sogar ne Kerze drauf. Da kann nix mal passieren jetzt. Ich kann nicht mal rein. Geh rein, komm. Nee. Kannst du nicht anmachen? Ah doch. Lass an, ich will ertrinken. Lass du an. Nein. Und die Seife kriegst du auch nicht. Hä? Was? Ich hab gewonnen. Du Arsch. Yeah. Rematch. Rematch. Definitiv. Das war voll Laune irgendwie. Was bin ich jetzt? Hä? Bin ich jetzt wieder Baby oder Mann? Bin ich jetzt mal das Baby endlich? Weiß ich nicht. Ich bin Mann. Ich bin Schwarzbild. Ich bin's Baby. Wie bist du aus dem Bett gekommen eigentlich? Weiß ich nicht. Spring. Ach, springen. Okay. Hä? Was bist du überhaupt? Ich bin hier. Ey, jetzt kann ich jetzt grabben. Meils. Ich muss mal ganz kurz hier in der Einstellung was machen. Das ist ja grausend voll. So. Oh Gott, wie siehst du aus? Was? Ich kann nicht werfen leider. Wir spielen. Alter. Boah. Was ist hier los? Ich lieg unter Piano. Ich leg das Piano mit einfach. Ich weiß nicht wo ich hingehe. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Echt nicht? Was ist das? Das legt grad wie die Hölle. Bei mir auch. Jetzt nicht mehr gerade. Hä? Ich höre nur auf Radio. Hä? Hier ist kein Radio. Ich hab auch grad ein Radio angemacht. Keine Ahnung. Ich hab ein Standbild. Du hast ein Standbild? Ja. Das ist nicht gut. Kann ich's machen. Hä? Geht's wieder? Nein, ich häng immer noch. Warte halt mal eine Sekunde. Vielleicht geht's dann. Passiert nichts. Bei mir piept's die ganze Zeit, weil du das Radio an und aus machst. Ja, wie kann man das nicht mehr an und aus machen? Ich weiß es nicht. Ich würd mich gern bewegen. Ah jetzt. Loy. Bist wir im Spiel dabei eigentlich? Ja. Was? Weißt du wo ich bin? Ja, Alter. Ich kann die ganze Zeit verfolgen. Du bist ein Penner. Kannst da drin bleiben. Loy, wie schnell du bist. Turn off Radio stand da wieder gerade. Mach eigentlich gar nichts. Ja, irgendwie ist es... Naja, gut. Ich find's Spiel trotzdem lustig, wenn's mal richtig funktioniert und man checkt, was man machen muss eigentlich. Das müssen wir gleich mal checken in der Aufnahmepause. Ob's da irgendwie eine andere Steuerung gibt oder so. Oh, ein Pokal. Ja. Wo bist du überhaupt da da? Hier ist ein Pokal. Mein Pokal. Dein Pokal? Ich geh ganz nach oben hin. So, komm. Pokal. Pokal? Hä? Wo bin ich... Alter, du bist im Vent, Alter. Komm doch wieder raus. Wie hab ich das gemacht? Du bist einfach reingelaufen. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie schon, ja. Bist du hinter mir noch? Döö. Wo bist du überhaupt? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Es geht ja darum, dass man sich umbringt, ne? Ja, ich weiß. Na, ich sag's für die Zuschauer. Als Kind geht's darum, dass du dich umbringst. Na, bist denn du? Das werde ich dir jetzt noch nicht verraten. Boah, es leckt grad wieder voll. Oh, leck. Yes! Denk ich nicht. Ich hab mich im Pool ertränkt. Ich bin im Pool gelandet. Lass mal jetzt ne Aufnahme-Pause machen und dann gucken wir mal nach, wie die Steuerung ist. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Folge. Bis gleich. Ciao. Oh, muss ich erzählen. Made with Unity. Oh, muss ich erzählen. Arschlaut gleich. Evil Tortilla Games. Danke für die Anmoderation er hat übrigens. Schmolz. Dankeschön, dass du mir in die Anmoderation wieder redest. Schmolz.